Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Jugendliche und Kinder, ich heiße Sie und heiße Euch auf das allerersterste Willkommen. Wir befinden uns hier im koptischen orthodoxen Kloster der heiligen Jungfrau Maria und des heiligen Mauritius in Höxter-Brenkhausen. Durch den Wohlstand werden die Menschen älter. Viele unserer Besucher sind über 70. Das häufigste Problem, was diese Menschen konfrontieren, ist das Thema hohen Blutdruck. Dafür haben wir aus unserem Kloster schon ein Mittel zu empfehlen, nämlich Karkadi, das ägyptische Rote Tee. Was ist das? Das ist nicht anders als Rosenblüten, werden im tropischen Klima eingebaut, wie in Aswan, in Luxor. Dieses Rote Tee hat eine beruhigende Wirkung und reguliert den hohen Blutdruck. Ich lade Sie ein. Davon gebraucht zu machen, kann man kalt trinken, warm trinken, mit Zucker, ohne Zucker. Bitte, bitte, wenn Sie den Tee gewonnen haben, die Blätter nicht sofort entsorgen, denn die sind säurehaltig und kann man verwenden für die Entkalkung der Wasserkocher. Denn das ist genauso wirkungsvoll wie Essig oder Zitrone. Amen.